Willkommen zurück zur ersten Supremacy 1914 Community Runde. Mein Name ist wie immer Aquila und ich würde euch gerne zeigen, was sich hier in den letzten Tagen wieder mal getan hat. Wir haben inzwischen Tag 15 erreicht und es gibt einen sehr deutlichen Anführer, was das Nationenranking betrifft und zwar ist das britische Nigeria mit 105 Siegpunkten. Die haben es geschafft, das Machtvakuum hier nach unserem Fall und nach Ägyptens Fall am besten auszunutzen. Sie haben große Teile hier der Sahara- und der Sahelregionen besetzt. Sie konnten auch sich hier oben in Libyen und in Nordägypten festsetzen. Sie haben Kairo besetzt und damit einen großen Moralschub bekommen. Und ich denke mal, sie haben gute Chancen, noch weiter zu wachsen, denn hier in der Mitte ist noch der Chad aktiv, aber dem geht es nicht mehr wirklich gut. Das heißt, sie werden vermutlich bald diese ganzen Gebiete auch erobern können und damit ihre Gebiete hier oben verbinden können und damit dann noch stärker hier dastehen. Wir schauen kurz auf die Rangliste und sehen, dass der Mediterrane Bund, unsere Allianz, ehemalige Allianz, auf Rang 1 steht. Die haben das super gemacht, denn die haben ja Nigeria in der Koalition drinnen und dann gemeinsam mit Kamerun, Tansania, mit Hejaz und mit Kenia fast ganz Afrika inzwischen unter Kontrolle. Das war also eine wirklich sehr gute Woche für die hier. Die haben das super gemacht, die haben es gut geschafft, sich hier festzusetzen. Marokko natürlich ist noch ein Feind hier, Marokko selbst aber glaube ich nicht in der Koalition. Zumindest sehe ich Marokko nirgends. Das heißt, Marokko ist aktuell die einzig größere Gefahr. Und ansonsten haben sich auch Hejaz hier super ausgebreitet. In Arabien haben die arabische Halbinsel fast ganz besetzen können. Da fehlt noch ein bisschen KI, aber die wird kein Problem sein. Und das Osmanische Reich ist hier auch noch aktiv, aber auch nicht mit Koalition. Ich nehme an, eventuell mit Nicht-Angriffspakt mit Hejaz. Und greift hier gerade Turkestan an oder wird angegriffen. Keine Ahnung, wie rum das gerade läuft. Und ja, damit haben wir bereits eine sehr, sehr deutliche führende Koalition hier gerade. 353 Punkte aus den 1500 benötigten. Das sieht ziemlich gut aus. Als nächstes kommt die Mittelmeer-Koalition, die aus Europa. Der geht es auch ganz gut. Die haben in den Punkten hier ja nur vier Nationen. Das heißt, die haben noch viel Luft nach oben. Könnten also sehr, sehr knapp an den ersten Rang herankommen, wenn sie noch einen starken Alli finden. Ach, und da war Marokko. Genau, stimmt. Da war Marokko drin. Das war da gewesen, ganz genau. Griechen und Italien und Kuban sind auch dabei. Denen geht es allen super. Ich nehme an, eventuell wäre ein starker Alli noch Spanien, den ich mir vorstellen könnte. Aber aktuell zumindest ist Spanien noch nicht dort dabei. Wir haben ansonsten noch weiter in Asien ein auch hier sehr starkes Tibet. Das hat hier die Teile von Myanmar eingenommen. Auch Nepal und Bhutan ist gefallen. Wir haben hier Xinjiang, das hier sehr lang wird langsam. Das hier von Ceylon, von Sri Lanka bis nach Norden reicht hier Richtung Sibirien. Ähm, wir haben hier ein Australien zwischen zwei Fronten. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier alliiert ist. Das könnte sein. Muss ich kurz schauen. Ja, die sind alliiert. Okay, never mind. Aber wir haben einen, einen Südostasien mit viel Marine hier. Das wird nochmal spannend zu sehen. Dann hier ist Malaysia gerade aktiv. Malaysia ist hier nicht in dieser Koalition. Die sind in der Südostasien-Koalition. Das heißt, die werden hier auch mit den Philippinen, mit Indonesien und mit Vietnam, die werden hier wohl bald auf Konfliktkurs gehen mit, ähm, mit Australien. Denn ich sehe auch gerade hier, dank meines, dank meiner Sicht hier, sehe ich hier auch, dass es die ersten größeren Truppenbewegungen gibt Richtung der Philippinen. Das heißt, hier ist bald ein großer Krieg im Anmarsch. Ähm, wir haben aber sehr, sehr große Marien hier aus den, äh, Staaten hier, besonders Indonesien. Das heißt, ich nehme mal an, die werden hier dann die Führung übernehmen können, gerade mit dem Schlachtschiff. Das ist deutlich stärker als die Kreuze. Aber hier kommt auch gerade ein Schlachtteil aus, aus den nördlichen Territorien rein. Das heißt, hier gibt es dann bald einen großen Seekrieg. Und, ähm, hier sind Marine-Truppen, also Infanteristen und ATI aus Indonesien, die hier nach Kupang gehen. Ähm, die werden sich wohl vorbereiten auf eine mögliche Invasion. Das heißt, hier werden wir bald sehen, was passiert. Ich würde aktuell das FAF sogar zu Indonesien geben, weil die zum einen, ich würde sagen, auch mehr Provinzen haben. Ich könnte mich irren. Ähm, ich irre mich. Seht ihr mal da, die ich irre mich. Die haben sogar zehn weniger als Australien, ähm, weil die ja auch noch Hongshian dabei haben. Stimmt, die haben Hongshian dabei. Ist natürlich stark abgetrennt. Also, man kann das nicht wirklich dazu zählen, weil es, glaube ich, auch keine aktive Hilfe leisten wird zu diesen Konflikten. Ähm, aber es existiert. Aber ich sehe auch hier, die Philippinen bauen sich hier gerade auf. Hier ist Ägypten unterwegs gerade, warum auch immer. Ähm, ach, die haben hier eine Provinz bekommen. Das stimmt, die haben eine Provinz bekommen von Sibirien hier. Hier auf der Halbinsel Kamchatka werden sie existieren. Das heißt, da sind sie gerade unterwegs hin. Ähm, also ich würde gerade trotzdem, auch wenn hier Hongshian dabei ist, gerade trotzdem favorisieren, dass hier Indonesien gewinnt. Einfach, weil die Landung hier ein bisschen zu riskant ist. Das kann sehr leicht abgefangen werden. Es sei denn natürlich, dass hier, äh, Cebu, ähm, AFK wird. Oder einfach die Truppen nicht bewegt. Sie können auf jeden Fall alles abwehren. Die Frage ist halt, werden sie da hinkommen, ohne entdeckt zu werden? Die Antwort ist nein, weil hier in, ähm, Kutam, Kutamobagu bereits Truppen stehen mit Hafen und Fabrik. Die dürften also das hier sehen und dann entsprechend reagieren können mit ihren Kreuzern. Aber trotzdem, das hier wird, äh, kochen. Das hier wird ein sehr warmer Krieg werden, sehr bald. Wir haben die USA mit einem sehr erfolgreichen Kalifornien. Wir sehen auch hier, ähm, Alaska, das hier sich ausbreiten will, aber gerade von Kalifornien angegriffen wird. Diese Schlacht hier wird auch von Kalifornien wohl gewonnen werden. Obwohl da eine Festung Level 2 ist, das könnte, wenn es für Kalifornien blöd läuft mit den Ticks, das könnte sogar ein Sieg werden für Russland, wenn hier die Art hier ausgeschaltet wird. Mal schauen also, ob das was wird. Aber so wie ich gerade die, äh, Stärke von Alaska sehe, ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Die sind einfach zu klein. Da sind zu viele Truppen hier aus, äh, Kalifornien da. Sie haben zwar den Kreuzer, aber ich fürchte, da hat Alaska einfach nicht die Truppenstärke, um sich hier mit einem Land wie Kalifornien zu messen. Ähm, wir schauen mal kurz auf die Koalition. Das ist hier die Nordamerika-Koalition, bestehend aus Russisch-Alaska, ja. Die Südstaaten, die, und die Nordstaaten, das heißt, Kalifornien ist hier gar nicht dabei. Die sind hier zusammen mit Mexiko. Okay, spannend, das heißt, hier führt gerade Kalifornien Krieg gegen diese Koalition hier. Und, ähm, sie haben nur Mexiko als Ally. Spannend, dass ihre Grenzen so demilitarisiert sind, weil man würde ja meinen, dass jetzt hier sie auch dann helfen würden, ähm, Alaska. Ich sehe gerade keine größeren Truppenbewegungen in die Richtung, das heißt, ich nehme an, da wird nichts passieren. Könnte abgesprochen sein, könnte einfach ein Überraschungsangriff sein, wer weiß. Auf jeden Fall sehr mutig, hier von beiden Seiten die Grenzen nicht wirklich zu bewachen, obwohl die Südstaaten doch ganz gut dastehen. Aber gerade hier auch, ähm, Mexiko eher wenig. Ähm, die scheinen wohl eher Angst zu haben vor den Vereinigten Lateinamerikanischen Staaten, die ja, glaube ich, auch in der Koalition sind korrekt. Und Kanada auch. Wirklich mutig, also gegen all die Nationen, obwohl Kanada ist besiegt, äh, glaube ich fast. Die haben nicht viele Provinzen, ähm, obwohl, ne, wer meint. Ich lüge hier, die haben ja ganz viele Provinzen sogar. Die haben ja sogar hier, ähm, fast ganz Kanada. Okay, nicht verkehrt. Ähm, das heißt trotzdem wirklich sehr, sehr mutig hier von, ähm, Kalifornien diesen Angriff zu wagen, wenn einfach der ganze Kontinent schon gegen sie ist. Okay, mal schauen, was das, was das wird. Ähm, hier gibt es wohl auch einen Angriff gegen, ähm, gegen Grönland von Seiten Kanadas. Die werden hier auch ausgelöscht werden sehr bald. Hier drüben steht Schottland. Das hat jetzt hier auch, äh, den größten Teil von, äh, dem Vereinigten Königreich eingenommen, bis auf Nordirland. Aber sie kümmern sich gerade um die, äh, Isle of Man. Werden die wohl einnehmen. Ähm, und hier drüben haben wir ein sehr starkes Finnland. Mit guter Infrastruktur, Produktion, Fabriken, Kreuzern. Das kämpft hier gerade gegen Kuban. Okay. Finnland ist gerade wo aktiv? Nirgends. Doch hier, die Europäische Union. Stimmt, da war was. Mit Archangelsk, ähm, und die werden gerade angegriffen von hinten. Ne, werden sie nicht. Ist das ein Angriff? Ne, warte mal. Die laufen einfach durch. Okay. Hier wird gerade noch das Russische Reich besiegt durch Sibirien. Und, äh, hier greift Kuban gerade Finnland an, tatsächlich. Finnland ist ein Brocken. Die werden ganz gut sich verteidigen können. Die haben ganz gute, äh, Truppenkontingente hier. Ich sehe leider nichts. Aber die sehen zumindest nicht verkehrt aus mit ihrer Stärke. Mal schauen, was da passieren wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Und wir werden nochmal einen kurzen Blick in die Zeitung. Schauen wir mal kurz in die Stats, ähm, was es hier so gibt. Die führende Industrienation ist, ohne Überraschung, Nigeria, followed by Griechenland. Denen geht es ja auch wirklich gut. Die haben da super Moral überall, ne. Denen geht es, denen geht es toll. Und es gab auch ein paar, ähm, ein paar Nachrichten noch. Es gab Frust im Zeitungsartikel. Wir schauen kurz. Da gab es irgendwelchen Verrat. Genau, da war irgendwas gewesen. Ich weiß nicht ganz, was da war, ähm, als unser Kamerun dabei war, Angola zu bezwingen. Ba, 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 äh, was war hier gewesen? Arabien, ähm, Verrat, Tansanias Verrat. Äh, da wurde irgendjemand verraten. Ich glaube, genau, weil, soweit ich weiß, war ja Tansania nicht in dem Mediterranen Bund dabei. Das heißt, die haben hier wohl ihren Ally verraten, war das so? Ich will nichts Falsches sagen. Da gab es irgendeine Art von Verrat auf jeden Fall hier in Afrika. Namibia, genau. Namibia wurde von Tansania verraten. Dadurch wurde dann eben entschieden, wer hier beitreten wird. Denn es war ja, als ich noch da war, gab es ja verschiedene Leute, die hier beitreten wollten. Eventuell Tansania wollte beitreten, Namibia wollte beitreten. Es kam nie dazu, dass ich die Leute annehmen konnte, weil ich ja raus war dann am Ende. Und der neue Anführer der Koalition ist aktuell auch, ähm, wer eigentlich? Das ist aktuell Kamerun, okay. Und dadurch lag dann in deren Hand die Entscheidung, wer hier mit reinkommt. Die Einladung an Tansania ging ja bereits raus. Und dann, äh, muss ich sagen, war ich überrascht, dass jetzt hier tatsächlich beide überlebt haben. Sowohl Kenia als auch Tansania. Ich hätte fest damit gerechnet, dass einer von beiden den anderen besiegt. Aber nein, stattdessen hat jetzt Tansania den Ex-Ali scheinbar Namibia besiegt und damit hier sich dann nicht nur den südafrikanischen Raum gesichert, sondern auch einen sehr, sehr guten Platz in der Koalition und auch eine sehr, sehr gute Position zum Rest der Welt. Damit also well played an Tansania. Ja. Übrigens, ganz kurz als meine, äh, Auffassung der, der, ich sag mal, informellen Regeln, Supremacy. Ich würde sagen, dass Verrat vollkommen okay ist, ähm, in den meisten Fällen. Ihr wisst ja, wie ich spiele. Ich versuche das nicht zu machen. Ähm, gerade in Koalitionen möchte ich auch bleiben dann. Ich möchte nicht quasi in Allianzen einsteigen mit dem Plan, sie zu verraten. Ähm, es könnte passieren, dass wenn eine Allianz nicht funktioniert, ich eventuell austrete und dann angreife. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber, ähm, ich würde sagen, Verrat ist eine Sache, die halt passiert. Das Game ist darauf ausgelegt, dass es passieren kann. Man muss immer so ein gesundes, auch Misstrauen haben zu seinen Allies. Man kann nie wissen, was die wollen. Wir sehen das ja oft auch. Wir sehen oft auch bei Gegnern von uns, dass da Verrat aktiv ist, ne. Wir erinnern uns an die, ähm, Runde mit Lateinamerika, mit Argentinien und Brasilien. Da gab's einen Haufen Verrat. Es kann immer passieren, ähm, versucht's einfach nicht so hart zu nehmen. Es ist sehr frustrierend, das verstehe ich, ähm, es ist keine schöne Lage. Aber es gibt oft Anzeichen dafür und ich würde immer empfehlen, so ein bisschen einfach Misstrauen zu haben. Wenn man's machen kann, ein paar Festungen bauen, ein paar Truppen, äh, platzieren. Einfach, ne, immer so ein bisschen im Auge behalten. Okay, es kann passieren, denen geht's gerade deutlich besser als mir. Ich bin gerade am Verlieren. Die wollen den Platz in der Koalition. Es gibt noch einen. Wer von uns beiden will den bekommen? Komm, es wird klar sein, einer muss beitreten. Dann kann man schon so ein bisschen erwarten, okay, da wird's bestimmt Verrat geben. Und, äh, so soll man eigentlich meistens gar nicht überrascht sein davon. Aber, ähm, natürlich trotzdem verstehe ich, es ist frustrierend. Aber es ist für die Runde hier, die wir hier zusammen spielen, 100% erlaubt. Es gibt keine Regeln, die Verrat irgendwie einschränken. Es ist Teil des Spiels. Und, ähm, ja, damit ist das eben hier ein sehr guter Play gewesen, muss man sagen, von Tansania, sich den Platz zu sichern in der Koalition und hier ihren Allies zu besiegen und damit viel, viel freies Territorium zu bekommen ohne großen Preis. Das haben sie ziemlich gut, muss man sagen, gemacht. Damit hier ein großer Win für Tansania und damit halt eben eine wirklich sehr starke Koalition hier, ne? Nur noch, äh, Tunis, das immer noch in italienischer Hand ist, äh, Tripolis in griechischer Hand und dann Marokko und dann eben noch der Chad. Aber sonst, der Rest hier ist in der Hand der, das mediterranen Bundes. Und damit haben die jetzt den besten, den besten Platz, die beste Position, um sich hier weiter auszubreiten. Madagaskar fehlt noch und die Comoran, klar. Ähm, und dann noch Liberia hier drüben. Aber, ähm, Österreich? Was? Ich hab mich eben noch gewundert, die Flagge sieht nicht so aus, wie ich sie kenne. Österreich? Warum ist denn Österreich hier? Was machen die denn hier? Naja, Österreich. Österreich, Österreich ist dort, never mind. Also Österreich fehlt auch noch, aber, ähm, mal schauen, was da passieren wird. Da wird es wohl Absprachen geben, dass das hier in der Hand von Österreich ist. Was für ein furchtbares Schicksal für Liberia. Ähm, aber, naja, ähm, das ist auf jeden Fall der aktuelle Standort. Aber trotzdem, ne? Dadurch haben jetzt eben die Nationen hier eine super Chance, sich weiter auszubreiten. Aber, natürlich brodelt es auch hier im Mittelmeer, ne? Das sind jetzt halbiert quasi zwischen den hier und den hier zwei Koalitionen, zwei Mittelmeerkoalitionen, die jetzt hier die Kontrolle wollen. Und jetzt ist die Frage, werden die beide sich ausbreiten in andere Richtungen? Werden die jetzt die Eurasie nehmen? Werden die sich hier nach Südamerika ausbreiten, nach Indien und so weiter? Oder werden die bald es krachen lassen? Das ist die große Frage. Das werden wir bald sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier bald die ersten Probleme gibt. Das wird nicht lange gut gehen, gerade bei solch komischen Grenzen hier, mit den Provinzen hier und da. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier bald ein Krieg passieren wird. Und gerade aufgrund der Nicht-Mitgliedschaft von Spanien in der Europakoalition kann ich mir gut vorstellen, dass die hier eben dann die etwas größere Isolation von Marokko ausnutzen, angreifen, Tunis einnehmen, Tripolis einnehmen und dann damit dann eben hier das Mittelmeer quasi kontrollieren. Denn sobald der eine Alley weg ist, dann ist der Rest auch nicht mehr so stark. Aber ich denke, das werden wir dann sehen, wenn es weitergeht. Denn das wird noch ein bisschen dauern. Die werden zunächst mal hier ihre Wunden lecken, noch den Rest hier aufräumen und dann vermutlich weitermachen Richtung der KIs. Sie werden Marokko, äh nicht Marokko, Madagaskar nehmen. Sie werden die Insel nehmen und sich dann auch weiter festsetzen. Ich sehe gerade, Argentinien ist hier in Jamestown auf St. Helena. Das heißt ja, mal schauen, was genau da und wie da passieren wird. Ich sehe gerade hier eine größere Truppenbewegung von Venezuela Richtung Jamestown. Die wollen da also verstärken mit ihrem Alley. Ich habe noch gar nicht über Südamerika gesprochen, merke ich gerade. Venezuela ist groß, die haben hier auch Argentinien besetzt. Ach so, die wollen gar nicht zu ihrem Alley. Ich lüge hier gerade. Die wollen das besetzen. So rum. Okay, ähm, genau. Die haben hier Argentinien besiegt. Venezuela ist die größte Nation in Südamerika. Teil einer Koalition sind sie auch, und zwar der Südamerika-Koalition mit Kolumbien, Brasilien und Bolivien. Damit ist auch hier bereits ein Kontinent quasi ganz gesichert. Es fehlt noch hier Bahia. Das wird noch eingenommen, die KI. Und dann werden die hier auch schauen nach Norden. Also haben wir jetzt hier drei Koalitionen, die jetzt hier um die Vorherrschaft in Amerika buhlen. Wir haben eine Koalition, die in Afrika ganz klar die Hose anhat. Und wir haben ein sehr unvereinigtes Asien mit vielen verschiedenen Nationen. Und wir haben ein Ozeanien, das hier Richtung Indonesien schaut. Also es gibt viel Action. Ich denke, hier geht es bald richtig los. Mehrere große Koalitionskriege stehen uns bevor. Und wie die laufen werden, wann die beginnen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Und wie die Hose anhatten, das sehen wir in der nächsten Folge.